Das wichtigste Stichwort in dem Zusammenhang ist das Thema Freiheit. Ich habe die Freiheit loszufahren, wann ich möchte. Ich habe die Freiheit hinzufahren, wo ich möchte. Ich habe unterwegs die Freiheit, mein Ziel zu ändern, dahin zu fahren, wo es mir gefällt. Der Airstream-Wohnwagen, das ist so der Klassiker, den man auch aus vielen Filmen kennt und in den USA sicherlich ein beliebtes Fahrzeug und auch hier in Europa, in Deutschland auf jeden Fall immer ein Hingucker. Tendenziell werden die Reisemobilisten jünger, aber Camping, Reisemobiltourismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sodass wir eigentlich vom Alter her das komplette Spektrum fürs Camping und Caravane mittlerweile begeistern.